Sie sprechen ja von einem geistigen Bürgerkrieg sozusagen, was mich auch ein bisschen, ich benutze jetzt mal das Wort triggert, ich gehöre auch dazu. Sie sprechen von emotionaler Inkontinenz in diesem 21. Jahrhundert. Könnten Sie mir mal ganz kurz beschreiben, wie Sie diesen geistigen Bürgerkrieg, warum Sie es so bezeichnen? Also kultureller Bürgerkrieg heißt ja nicht, dass die Leute mit Waffen aufeinander losgehen, das Blut fließt, sondern es ist das, was man vielleicht im 19. Jahrhundert zur Bismarckzeit Kulturkampf genannt hätte. Und zwar geht es schlicht um die Deutungshoheit über zentrale Themen unseres Zusammenlebens, also unseres gesellschaftlichen Lebens, natürlich auch der Entwicklungsperspektive unserer Gesellschaft, aber auch unserer Wirtschaft, Fragen, die, wie soll man sagen, auch Erziehung und Bildung betreffen, Umgang miteinander. Und kultureller Bürgerkrieg einfach deshalb, weil wir es tatsächlich mit einer geradezu manichäischen Aufspaltung unserer Gesellschaft in Gut und Böse mittlerweile zu tun haben. Also die politischen Gegner werden gar nicht mehr als politische Gegner moralisch anerkannt, sondern sie werden dämonisiert. Und ich hoffe, mir ist es von der anderen Seite her nicht auch passiert, aber das ist etwas, was man doch sehr, sehr deutlich beobachten kann. Also wie soll man sagen, die Leute, die nicht in der Regierung sind, gelten gleich als nicht wählbar. Also nicht einfach nur als Opposition, sondern sie sind gar nicht wählbar, sie sind unmöglich. Und Leute, die eine abweichende Meinung haben vom Mainstream, gelten als Querdenker, Idioten und, und, und. Weil sie trotzdem zu Wort kommen, ne? Also diese Menschen kommen ja trotzdem zu Wort. Ja, das ist natürlich eines der wichtigsten Punkte überhaupt, weil das natürlich das Hauptargument der Political Correctness ist gegen jede Kritik. Indem sie nämlich sagen, ja, was wollen sie denn eigentlich? Wenn ich Glück habe, um bei mir selbst zu bleiben, könnte das sogar ein Bestseller werden. Warum denn nicht? Und dann wäre das natürlich wie bei Sarrazin so, dass man sagen würde, sie jammern ständig über den Kulturverfall und Cancel Culture, aber sie können doch massenhaft publizieren. Ich kann jetzt in dem Fall jetzt noch nicht die Weiterungen auf mich persönlich ziehen und will es auch gar nicht. Aber nehmen wir mal den Fall Sarrazin. Ist ja eigentlich der berühmte Star. Aber den nehmen Sie auch immer. Ja, das ist so Ihr Lieblingsfall, habe ich so das Gefühl. Ja, natürlich, weil er jedem bekannt ist. Also es gibt natürlich eine Fülle anderer Fälle und die gehen bis in meine erweiterte Familie hinein, dass Leute einfach kalt gestellt worden sind, die auch nur ein Minimum abgewichen sind. Das hört man dann nicht so gerne. Also Leute, die einfach nicht nur ihre Aufstiegschancen sich verbaut haben, sondern die schlicht ihre Stelle verloren haben, weil sie auch nur ein Millimeter abgewichen sind. Also ich kenne das vor allem bei Corona war das ganz massiv, dass Leute ihre Stelle wirklich verloren haben. Absolut. Aus verschiedenen Gründen, aber auch Leute, die sehr milde Kritik geäußert haben, waren weg. Also ich habe wenig Probleme mit dieser Frage, die Sie mir da gestellt haben. Wo ist denn konkret das die Schwierigkeit? Weil darüber gibt es mittlerweile massenhaft Bücher und Berichte. Also nehmen Sie nur den Band The Shadow University. Das ist eine Aneinanderreihung solcher Fälle, wo Leute, wie soll man sagen, ans Ende ihrer Existenz gedrängt wurden, heraus aus ihrem Beruf sozial geächtet worden sind, nur weil sie abweichende Meinungen zu bestimmten Themen. Dazu gibt es in Deutschland mittlerweile eine Fülle von Fällen. Schüler, der früher bei der Bild-Zeitung war, hat dazu Generation Gleichritt auch ein sehr schönes phänomenologisches Buch gemacht. Also Fälle aneinandergereiht und, und, und. Also das muss ich eigentlich nicht mehr tun. Also da würde ich dann einfach sagen, wenden Sie sich an meine Kollegen. Die geben Ihnen dann Tausende von Beispielen. Für mich ist der Fall Sarrazin nur aus dem Grund besonders wichtig, weil ich den ersten selbst mitvollzogen habe. Also ich bin ja als alter Mann auch noch, wenn man es will, präsent gewesen, als das alles passiert. Das liegt ja auch schon Jahrzehnte zurück. Und ich habe dann eben zweierlei beobachtet. Erstens, die Ächtung von Sarrazin, und das passiert anderen eben auch, beruht nicht auf einer Auseinandersetzung mit seinen Behauptungen. Die Ächtung vollzieht sich ohne Kenntnis seiner Thesen. Also niemand hat diese Bücher gelesen. Die stehen zwar in jedem Bücherschrank, aber es liest sie gar nicht. Also die Kritiker lesen sie vor allem nicht. Die Kritiker, ja. Also die haben das gar nicht gelesen. Und der Klingbeil, der ja dann die Verhandlung geführt hat für den SPD-Ausschluss, der hat das auch zugegeben. Dass er gar nicht weiß so genau, was in den Büchern drinsteht. Aber das hat gar keine Rolle gespielt. Und alleine, dass man nicht mitmacht, dass man nicht mitschwimmt, genügt eigentlich schon, um einem an den Rand zu drängen. Und das ist ein Mechanismus, den wir doch ständig beobachten. Bei den kleineren Lichtern, bei den unbekannten Figuren, zu denen ich ja auch zähle, wird das dann nicht so spektakulär öffentlich. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, das Argument, das dann gegen Sarrazin vorgebracht wurde, um dem er gesagt hat, was jammern Sie denn so rum? Sie schreiben ein Bestseller nach dem anderen, Spiegel-Bestseller Nummer eins und in dem Jahr im nächsten, im übernächsten Jahr. Was wollen Sie noch mehr? Sie werden überall eingeladen, halten Vorträge. Aber um welchen Preis? Um welchen Preis? Polizeischutz, heftigste, persönlichste Anfeindungen, die die ganze Familie betreffen, vor allen Dingen auch seine Frau und, und, und. Also man wird zum Parier. Man lebt am Rande, am äußersten Rande der Gesellschaft. Und das ist ein gigantischer Preis, den man zahlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, Sarrazin ist sicher Millionär mittlerweile, klar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Millionen, die er da auf seinem Konto hat, dass die in irgendeiner Weise das kompensieren können. Also diese Tatsache, wirklich ein Parier zu sein, ausgeschlossen zu sein aus der Gesellschaft der Guten und der offiziellen Gesellschaft. Und das ist eigentlich der, wie soll man sagen, das Üble an dieser Frage. Ja, dass sie scheinbar zu Recht darauf hinweist, dass doch Resonanz da ist, natürlich. Sie können, indem sie gegen den Strom schwimmen, immer noch die Resonanz des Pariers bekommen. Ganz klar. Bei Leuten wie mir, also die unterhalb der Wahrnehmungsschwelle sind, passiert da gar nichts wahrscheinlich. Aber wenn sie ein bisschen prominenter sind, etwa als Politiker oder auch als bedeutender Journalist, denen kann Ähnliches passieren, dann erleben sie gerade dieses Sarrazin-Schicksal. Und deshalb bringe ich ihn gerne als Beispiel, weil er eine Art Paradigma geschaffen hat. Für dieses Problem. Die sozialen Kosten sind sehr hoch. Das ist das, was ich dann immer formuliere. Ja, man darf sagen, was man möchte, aber mal gucken, ob man den Preis zahlen kann und ob man das auch abfedern kann. Absolut. Absolut.